Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, und damit auch einen guten Wochenstart in die Runde. Gestern gab es kein Update-Video, weil es hat sich einfach nichts getan. Ich habe mir gestern nicht die Mühe gemacht, hier irgendwas rauszufischen, weil es sich einfach überhaupt nichts im Chartbild getan hat. Wäre irgendwie blöd gewesen, wenn ich da einfach ein bisschen rumgekratzt hätte. Im Endeffekt hätte es euch nichts weitergebracht. Deswegen heute erst wieder ein kleines Update-Video. Schauen wir mal, ob es heute ein bisschen mehr Bewegung gibt, beziehungsweise wie ich es jetzt so die nächsten Stunden, beziehungsweise bis morgen dann so sehe. Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Natürlich werden wir uns auch Ethereum angucken, wie immer. Und natürlich auch einen kleinen Blick auf die News-Lage werfen. Ja, damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Lasst dem Video doch gerne noch ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne, wer möchte, in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf News, Updates, Signale etc. Kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und natürlich komplett for free. Gut, und damit würde ich sagen, rein in die Analyse. Momentan Bitcoin bei 26.820 US-Dollar. Aber ihr seht, übers Wochenende diese Range, die ich hier eingezeichnet habe, daran hat sich eigentlich nichts geändert. Wir hatten unser Fake-Out nach oben, wie wir es, ich glaube, am Samstag auch schon mal darüber gesprochen haben. Kurzes Fake-Out hoch, um einerseits hier die Shorts rauszukicken und dann natürlich kurzes Fake-Out nach unten, um die Longs hier unten rauszukicken. Und wir sind jetzt genau da, wo wir jetzt die letzten Tage auch waren. Wir sind einfach in einer übergeordneten Range auch. Wir haben noch diesen Wick hier unten zu füllen, bei dem 25.800. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass wir uns den so schnell holen würden oder möchten. Ich bin eher momentan sogar ein bisschen eher auf der bullischen Seite. Oder was heißt bullisch? Im Endeffekt, dass wir zumindest mal eine kleinere Erholung sehen. Was stimmt mich da positiv? Wir machen mal wieder den Traders-Reality-Indikator ein. Den hatten wir lange nicht mehr. Wir haben gestern eine sehr, sehr enge Psy-Range gehabt von 27.280 bis ungefähr 27.000 US-Dollar. Klar ist 280 US-Dollar. Die Range hat auch nicht lange gehalten. Fake-Out oder beziehungsweise Break-Out nach unten hin. Daraufhin jetzt hier unten, wo wir eben die ganzen Stops hier von, ich glaube, vom Freitag noch waren, ausgestoppt haben. Kam eine schöne blaue Vector-Candle. Jetzt erstmal so ein kleiner Aufschwung zumindest. Wir sind über dem Daily Open. Das ist schon mal ein guter Step. Long-Position bin ich auch schon wieder drin. Ich warte aber hier noch auf ein gescheites Signal. Also ich bin jetzt auch erst hier vor ein, zwei Stunden reingegangen. Also es wäre jetzt nicht fatal, wenn ich euch jetzt noch kein Signal gegeben habe. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal kurzfristig long. Stop-Loss unter die grüne Box momentan. 26.200 US-Dollar. Warte, wie gesagt, noch ab. Momentan, die Impulse sind einfach sehr, sehr schwach. Wir sind noch unter dieser Range, unter dieser lilanen, die man hier sieht. Versuchen hier auch noch kein Breakout. Besser wäre es, wir kommen hier wirklich drüber. Mindestens mit einem 1-Stunden-Close bestätigen das dann nochmal und dann das Signal bestätigen. Um dann zumindest mal die 27.2 und dann gegebenenfalls hier das Last Week High bei 27.600 US-Dollar anzulaufen. Das ist jetzt so ein bisschen der kurzfristige Plan. Aber ihr seht auch schon, egal in welchen Timeframe wir gehen, wir gehen jetzt mal in den 4-Stunden-Timeframe. Übergeordnet haben wir schon eine relativ große, in Anführungszeichen, Range, die wir hier gebildet haben. Wir haben noch zwei Hochpunkte, die es abzugreifen gibt. Eben die 27.600, das ist unser Last Week High. Da vermute ich einige Stops und natürlich hier oben den Bereich von 28.200 bis ungefähr 28.600 US-Dollar. Das sind auch so die Bereiche, die mir auf Daily- und Weekly-Sicht sehr, sehr wichtig sind. Wir schauen uns ganz kurz nochmal das FIP dazu an. Also von unserem letzten Hochpunkt, wo dann der Abverkauf begonnen hat, liegt hier auch eine Menge Confluence weiterhin in dem Bereich der 28.200 bis 28.400. Also das sind die Bereiche, die es mindestens mal auf Daily-Sicht zu brechen gibt. Brechen wir da durch, können wir zumindest uns mal Hoffnung machen, dass wir vielleicht einen vorläufigen Boden gesehen haben. Sollten wir hier oben natürlich wieder rejected werden, sieht das ganze Bild absolut beschissen aus. Und es wird sehr, sehr wahrscheinlich Richtung 25.000 US-Dollar runtergehen. Wir gegenchecken das jetzt mal, weil ich das am Wochenende vergessen habe, im Wochenausblick. Also schaut doch gerne noch den Wochenausblick an. Ich werde ihn ganz am Ende vom Video nochmal einblenden lassen, wo wir über alles Wichtige gesprochen haben. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf den Daily. Okay, schauen wir uns das an. Da seht ihr auch, okay, unser letzter Hochpunkt waren eben hier diese 28.300. Genau da jetzt, wo unser Golden Pocket ist, wäre zumindest ein Anfang. Schließen wir da drüber oder über diesen Hoch hier drüben 28.400, also genau da, wo das Golden Pocket eben liegt, bin ich der Meinung, dass wir zumindest mal einen vorläufigen Boden gesehen haben könnten. Ansonsten ist es reines Liquidity-Hunting, was hier oben dann wieder stattfindet, dass wir uns im Endeffekt einfach nur die Liquidität, die oben, stellt euch jetzt einfach das Golden Pocket hier oben vor, die hier oben liegt und dann nächste Abfahrt nach unten, was dann auch ein perfekter Dreiteiler wäre. Im Endeffekt hier erster Abverkauf, zweiter, dann diese Gegenkorrektur ins Golden Pocket oder in diesem Zielbereich, den wir haben und dann schauen wir mal, ob es hier runter geht in die nächste Daily Demand 24.7 bis ungefähr 23.9. Genau da, wo das Golden Pocket der übergeordneten Aufwärtsbewegung liegt. Also ihr seht, es hat sich in den letzten Tagen nicht viel getan. Ziel bleibt erstmal jetzt so ein bisschen Gegenkorrektur. Newslag ist diese Woche echt recht dünn, sollte also nicht viel wirklich auf uns zukommen. Aber wie gesagt, das könnte so ein Bereich sein, den wir jetzt erstmal anvisieren könnten. Bullish und dann trotzdem dieses bearish breakout, in Anführungszeichen bearish breakout, wird wahrscheinlich nicht vermeidbar sein. Gut, das war es zu Bitcoin. Gehen wir rüber zu Ethereum und hier haben wir im Endeffekt ein ziemlich gleiches Bild. Nur, dass wir uns hier noch nicht die Liquidität runtergeholt haben. Also ich glaube, Samstag war es, haben wir darüber gesprochen, dass so dieser Zielbereich hier unten nicht wirklich verkehrt wäre. Also einerseits hier zwischen 1772 bis ungefähr 1740. Das ist eigentlich so der Zielbereich, den ich auserkoren habe, einfach um hier gegebenenfalls eine Long-Position zu eröffnen. Aber einerseits tut sich im Chartbild kaum was. Andererseits ist das Volumen wirklich auf ein Minimum. Also wir haben momentan, was Volumen anbelangt, überhaupt nichts im Markt. Und das ist nicht nur bei Altcoins so, das ist vor allem bei Bitcoin und bei Ethereum so, die im Endeffekt die Treiber der letzten Monate wiederum waren, wo aber jetzt zuletzt das Volumen einfach rausgeht. Klar, wir haben Sommer. Sommerloch könnte auch noch kommen. Also das auch mal ein bisschen Hinterkopf behalten. Letztes Jahr war glaube ich zwischen Mai, Juni oder Juni bis August nichts los, da wo ich die sechs Wochen Pause gemacht habe. Also mal gucken, vielleicht wird dieses Jahr auch nicht mehr so viel passieren, beziehungsweise jetzt in den Sommermonaten. Aber auch hier haben wir im Endeffekt gleiches Range Trading momentan, aber ich bin weiterhin nicht so der Ethereum-Fan. Also ich würde momentan weiterhin Abstand nehmen von Ethereum. Wir haben hier oben noch dieses Short-Setup. Der Weg an sich bleibt erst einmal. Wir müssen auf jeden Fall hier raus eine Bestätigung sehen, um dann gegebenenfalls eben ein höheres Hoch mal anzuvisieren. Auch hier ziehen wir trotzdem mal vorsichtshalber das FIP. Und da seht ihr, okay, das oben hier war das Ziel einfach mit dem Short-Setup, wo ich schon mal drüber gesprochen habe, dass wir uns hier oben leider nicht geholt haben, wo dann knapp nicht abgeholt wurde. Aber das ist weiterhin so der Fahrplan. Errors-Eye technisch nichts zu beachten. Volumen, Todes, Minimum, nichts los einfach. Das macht es für mich, da ich viel Volumen verwende oder so, macht es halt auch echt schwer, hier gescheite Einstiege zu finden. Also ich kann euch nicht versprechen, ob jetzt diese Woche wieder viele Signale kommen, so wie jetzt vorletzte Woche. Glaube ich momentan zumindest das erste Mal nicht. Aber trotzdem, das sind jetzt erstmal so die Punkte, die es gilt. Die Wicks wären mir eigentlich lieber, jetzt hier zu fischen. Aber sollten wir dann hier oben rejected werden und in Short denke ich, dass wir spätestens dann eben diese Zone hier unten abholen und wahrscheinlich dann sogar nochmal hier diesen Zielbereich 1660 bis ungefähr 1600 US-Dollar anlaufen werden. Ja, ihr seht, wie gesagt, wenig geändert. Der Dollar auch ziemlich unverändert, also Sadie, Sadie, ne, ach egal, ihr wisst, was ich meine. Langweiliger Montag auf jeden Fall. Schauen wir uns noch dazu die News an. Meta, Mastodon, Twitter-Rivale sollen im Juni starten. Ich bin ja nicht nur so dieser Meta-Fan, ne. Also ich habe keine Meta-Aktien, nichts, ich bin irgendwie kein Meta-Fan. Ich bin, weiß ich nicht. Wie steht ihr dazu? Meint ihr, das setzt sich durch? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt mit Twitter, wie es sich so ein bisschen verändert hat und auch mit Free Speech und sowas, dass ich da irgendwas, ja, zum Positiven ändern würde, wenn jetzt Meta da sein Ding da mit reinwirft. Kann ich mir nicht vorstellen, aber gut. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, generell auch, was ihr von dieser Woche haltet. Denkt ihr, wir steigen, wir sind Bullish oder Bearish? Müsste ich ja auch mal wieder machen, eine Umfrage so in der Gruppe, Bullish, Bearish, um einfach mal so ein bisschen Stimmungsbild. Vielleicht werde ich das die Woche wieder mal ein bisschen starten. Gut, dann würde ich sagen, war es das, wie immer, von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Like da lassen, Abo da lassen. Morgen früh gibt es dann das nächste Update. Morgen starten wir auch mal wieder mit Altcoin-Analysen, wenn ich entscheiden finde. Ich werde wahrscheinlich mit Cardano starten und dann schauen wir mal. Ansonsten schreibt unten gerne eure Altcoin-Wünsche rein. Dann war es das von mir. Like da lassen, Abo da lassen und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.